So, einen wunderschönen guten Morgen, hier sind eure Helplates L.E.M. und L.E. Daddler mit einer Waffe only zu Global. Wir können wieder aufnehmen, weil der Eddie Smurfio sein Handy-Rehl hat. Willst du da kurz mal aufklären, was da passiert ist eigentlich? Ich habe hier den Aufgang und dann ging es halt nicht mehr an. Die haben halt 20 Tage gebraucht, um das zu reparieren. Letztendlich habe ich ein neues bekommen. Er bestellt halt nie iPhone. Das ist kein iPhone, aber das ist okay. Doch, doch. Egal, das war trotzdem eine generelle Anmerkung. Okay, such mal rein. Alter, heute, fuck, wer war das? Pith? Nee, fuck, wer war das? Sag mal einen von Face. Irgendeiner hat bei Twitter heute einen Pro-Spieler von Face. Ja, stimmt, wir müssen erstmal Waffen haben. Ja, lass durchlaufen, lass durchlaufen. Fuck, ich wollte vergessen, wie das hier abläuft, Alter, wegen Freddy. Okay, ich kann CT auslösen. Und es geht los. Oh, guck mal, das sind echt nicht mehr viele, das sind vier noch, oder so? Ja, Alter. Five, seven, okay. Naja, klar. Oh, das ist ja gut. Die Fünfer. Besser als jede... Direkt hier hinterher. Okay, und go. Oh, Alter, was? Wir müssen halt nur noch Glock, Revolver. Ah, es hat Glock. Ah, ja. Ja. Hey, wir müssen CT anfangen, unbedingt. Glock is too much. Ja. Das ist jetzt Glock und Five, seven. Ja, Five, seven. Wir fangen absolut safe, fangen wir T an. Das wird... Warte mal, ich muss erstmal die Waffen reinmachen. Lass mal Waffen reinmachen, ja. Oh, ich hab sowas. Ich kann ja nicht beim ersten Mal 45 suchen. CT und... Lock is too much. Lock. Let's roll. Oh, Info, oh. Oh, ja, da hab ich Bock drauf. Ich find das Info-Abzeichen oben rechts geil. Das gibt's nochmal bestimmt auch, weil das Pin Series 3. Jo, das bockt mich auch an. Wir fangen T an. Wir fangen T an. Let's go, let's go. Fuck, Alter, dann kannst du eigentlich schon mal canceln. Nee, wir fangen über T an. Aber die haben immer ein Abzeichen schon mal. Müssen unbedingt die Pistole holen diesmal. T an. T an, hat Rankdown gekriegt, oder? Dann lass mal an nicht B gehen. Ich call's an der Stelle nochmal. Für die YouTube-Dudes, wir haben davor zwei Games gespielt. Beide waren Shady gegen Shady Atzen. Das ist das dritte. Aber und lose Dinger hätten wir eigentlich haben. Das ist das dritte. Overpass wäre dringend gewesen. Und dann natürlich zweite Game gegen Non-Prime, 170 Stunden, Golden Achievement Hack, macht 40 Fracks. Aber das ist halt fucking Non-Prime. Nach 10 TS of Rex. Nice, die haben schon mal Abzeichen wenigstens. Service Medals, immerhin. Das ist halt nichts. Und Hyping des Hasses, what the fuck, wo kommen die her? Das sind Russen, Sibirien. Vielleicht drücken sich die selbst. 200 Ping. Entweder die Raffen nichts, oder das sind wieder so Talente, die 200 Ping haben und die einen Schuss treten. Die haben wenigstens normalen Profile. Ja. Und vielleicht dann auch bald einen Bann. Dann lass nicht Banane gehen. Wenn die wieder nehmen. Einfach Mitte hoch, oder was? Mit rechter Smoke. Wird halt sogar über falsche Mitte einfach gehen, weil dann hast du auch in die Mitte. Weil guck mal, wenn die mit USP Mitte anhalten, dann kriegst du halt auch only die One-Clicks. Würde halt schön falsche Mitte hoch und dann auf Close-Range halt Mitte rumziehen. Dann kannst du auch nochmal CT oder so absmocken. Oder eigentlich kannst du... Ich kaufe auf jeden Fall mal Nades, ich kaufe keinen Kevlar. Ja. Lass wirklich alle falsche gehen. Boah, die Auge hört sich so geil an. Ja. Hört sich mega gut an. HFGL. So, kein Kevlar, ich kaufe Smoke, nee, Flash. Das soll jetzt über den Pissgang hier gehen. Ja. HFGL. Soll ich die Smoke usen, um Mitte links zu smoken? Da können wir irgendwie Hausmeister-Teppich-Split machen. Ja. Wer kommt mit mir in der Mitte? Komm mal einer mit, am besten. Ja. Aber am besten nicht die Bombe. Ja. Ich geh mit. Geh mit um, pick keiner. Na ja, am besten Hausmeister dann. Wollen wir go machen? Ja, ich werfe die Smoke. Soll ich haus das mal raus, Haus oder was? Flasher nochmal, bereit? Ja, go. Go. Hausmeister raus und go. Oben einer, Apps. Schnell, Pits. Pits kriegt einen Atom-Nade. Pits und Haus. Der hat Ulo-AP. Balkon. Oben, Balkon. Down. Pits hat Low, save. Pits, Pits, Pits. Der hat Low. Down. Pits down. Bombe. Wege für kurz. Pits hoch, glaube ich. Ich aim Bibo rein. Gebt mal Pits und Hausmeister rein. Hat einer kurz? Ja. Ich hab ihm Hausmeister rein. Kann ich von irgendwo gefickt werden, Onspot? Äh, ne. Nur von langen halt. Der haus schon vorher. Hausmeister. Spielt mal viel Zeit. Ich mach jetzt def. Oh, der hit ist nicht. Mach def, mach def. Ich hab den nicht zählt, die gehört. Das ist Mitte, glaube ich. Vote Kick, vote kick. Die Vork direkt. Vielleicht ein Troll. Er ist ein Troll. Aber der hat eh kein Kit. Mach den Weg noch. Get ready, get ready. Hä? Das macht er dann. Mach die Sache ab. Der bringt das. Der braucht das gar nicht. Alles mit. Wenn man kitten muss. Kein E-Knopf. Mit Controller. Aber das muss man haben. Alter, die haben High-Ping. Das sind Russen. Und der rafft nicht, dass man die Bombe def. Diffusen muss auf L.A.M. Russland, Russland. Na ja, gut. Vielleicht hatte der da kein Kit und wusste, dass ich Hausmeister nicht richtig hätte. Was machen wir jetzt? Lass mal warten, dass die nicht wieder so komisch reinnehmen. Lass mich mal Banane an. Der Banane-Kass hat immer gegenehm. Die ersten beiden. Ich hab den Spawn des Teufels. Ich hab den Spawn für Banane. Die Flasch über die Mauer. Da oben. Banane ist frei. Lass durch, ich smoke CT3. Ab schon. Ich fackle Y-Knopf. Ein Y-Knopf. Ein Y-Knopf. Ich fackle Y-Knopf. Und Klaus, der erste Obs kommen. Pushen, pushen. Rechts. Dark, 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 dark. Ich down. Okay, Arnic. Beple-Banane. Letzter CT. Ah, ne, es sind noch zwei, aber ein hat CT. Beide, beide CT. Beide CT. Nutzt eure Monotops, nutzt eure Monos, dass sie nirgendwo hin können. Und gegenflashen. warte 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 guter mal jetzt flaschen jetzt flaschen ich flasche ruine rein einer ruine klaus ruine schon für die zeit wird das offen felix schön das ist wieder der ist wieder der der speichert darauf ein nichts egal freddy schön macht ihr den alter die sollen ihn kicken der saft jeder ohne die pistole nee die sollen nicht kicken sonst können die einen bot nehmen geht doch der bot ist besser als der nee geht doch mit einem frack ein frack weg freddy und ich können eigentlich banane hochgehen mit einem extrem guten spot nicht einfach nur rechts halten und einfach weh gedrückt halten dann können die uns mit den nades kaum damage machen nade mal t treppe äh mitte hoch rechts ja auch bringt mitte nade überhaupt was auf der nap ja mitte oben links ich komm mit banane ich smoke ct ja äh äh links molly y irgendwo links hat die zentrums molly y dark kriegt auch einen mollock der kriegt einen doppel mollock y im mollock y ist noch rechts rechts hinter der säule bomb liegt in der smoke eine banane glaube ich ich geh banane weg ihr flasht ct tief ct flash ich hab ct mach mal nicht keine komischen sachen für ct die können nicht kommen banane ich flasht eine banane down ct links ein blind links direkt nein banane oder was nein das ist diesmal nicht die sauer flicks äh ninja check der sticht banane lol der sticht der war in dem pisseck er ist drei runden schon gekommen er war die jetzt holend gegen waffen dann das war noch mal das war noch mal diese runde dass wir mitte lass mal uns in der mitte versammeln irgendwie ja dass wir durch die smoke pushen alle oder einer aus was weiß ich ja ja ich muss mal mit glock echt zusammen immer drauf rennen warte lass mal hier über falsche gehen wir pissen die brauchen acht body hits wenn du mit fünf mann rum ziehst dann gehen die vielleicht auch mal down die leute mitte hoch oder was willst du gleichen ja ich smoke oder haben die abgesmogt ja aber wir können eigentlich durch halt ja ich flash euch durch warte ich werfe nochmal ich werfe nochmal ne smoke warte stellt euch einfach auf ich flash euch dann durch ja mach fertig warte warte ich bin warte ich bin warte ich bin warte ich bin und rum nach links aber bin voll liebe egg da sind zwei rechts noch rumziehen rumziehen schön und go Richtung a pit 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 nated den wichser hinterm balkon hinter der mauer combo liegt hinter 1er nated den wichser doch mal nated den wichser doch mal nated down schön jetzt def jetzt def ihr habt noch ultranades mal kurz kurz erik packe mal kurz lieber da sepp oder ohja kurz kommt flash kurz nur noch flash für kurz auf hibu geiler move da ist es wenn ich aimen könnte und jetzt geht wieder zurück durch die smoke nated die bogen und tu habt ihr nated aber da pass auf ich glaube die speichern schwein 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 b schwein schwein hier ist noch einer auf geht's und die hat er sagt das war wahrscheinlich bei nahmen gehen einfach gerade drüber naiden oder sie hätten gegen jetzt aber wohl eine ecke brennt wir haben bananekontrolle das direkt fertig machen ich habe steht hier ist gesmogt bereit ich flasher machen und rum go drauf obendrauf obendrauf links oben oben ich bin hinter dem nein hier geht nicht rein ruine fuck man da ging nicht rein mit taser wie viel geld 10k ja lass echo machen fünf runden also komm das ist schon safe soll mal teppich zorn naja alle mann das ist direkt freddy bestätigst du da das war ein haus meister die drückst du komplett rein freddy hast du ein radio auch bei dir zuhause teppich eine aber nur eine aber kommen wir überfahren den hat headshot ct tief krieg ne flashe den wieso ist er da wieso ich habe alles verworfen an nades freddy ich habe noch einen ballo da kommt einer face mal nicht rein mit ihr freddy da freddy onside spot 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 warte was du warst hundert prozent drauf spot bollo nein ich mache alle lau spot ja achso lass ihn lass ihn ich habe noch einen ballo schön da hättet du überhaupt nichts dieser volle idiot teppich 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 ist geil mann teppich ist geil mann teppich ist geil mann steht mitte hinten ach der spielt teppich mit abp das geil bitte links der headshot schön komm drauf aber wir nehmen die jetzt nicht ernst einfach drüber fahren anspott irgendwo oder kurz kurz schön die flasche raus komm wir rennen raus kurz ja unterm dach noch ordinate kurz und am ratten dach oder was keine ahnung einer ist noch p von denen der ist vielleicht hausmeister oder so lang na lang eric komm mal Richtung spot das ist noch nicht spot oder ne eric ist noch tipp vivo ist der ich habe lauer p ich aim tap mich an ich komm vivo von hinten ach wie hättet der mich das wird übel gell er schraubt richtig rein alter mann ruhig die stellchen ist zu risky alter schön 7 zu 1 2014 können denn es nicht fassen er hat richtig schön seinen schalldämpfer abgeschraubt hä kobe er hat da finger auf jeden schwein lol was da geh nicht drüber ne oder ja das geht halt nicht damit du halt damit du halt ja damit du halt nicht direkt am anfang deine waffe wegwerfen kannst ist ja lächerlich wenn du aussersehen auf die jäge kommen aber wir wollen mit dem teich werfen wird du meinst nochmal achto ob wir jetzt durch das hasses nein banane push gehen das ist mit hoch 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 mit oben links ist einer ja zwei banane flash rein same auch ich flash rechts aua fertig komm wir überfahren die haben auch nur spar aah mehr fahren mehr fahren wo raa oder b aah da waren drei banane glaub ich aah 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 vormelig safe weg für haus also für hinten haus pitt noch pitt pitt ah nein aimen fack mensch jungs du musst doch nur aimen halt dreimal headshot alter so ein witz aah sieben runden block zum safe sein die hatten einen forst der hölle ach die haben halt eco und dann hinterfalle man ab hier wir haben halt jeder eco immer noch bessere waffen als hier wir haben jede runde ne eco unten wenn die jede runde forst haben die halt immer bessere waffen als hier wir haben jede runde einfach nichts halt blockt nichts du hast nichts junge alte fresse wenn der im osten wohnt musst du da nicht drauf rum tanzen doch bayern ratter bayern ratter gott lester hat null frags ist der saver gegangen? der saver ist gegangen ja der hat jetzt auch beendet der kommt halt mit 3-3 das ist banane jaja die decken da auch immer nicht der war b spieler der war b spieler der saver lass halt jede runde irgendwie alles ab morgen lass immer b rennen ich hab keinen taser fahrer ich seh nichts ich seh nichts man blockt doch mal hier komm drüber drüber fahren da ist noch mehr da ist noch einer tötet den raten jungen direkt auf seite der ist seite pick n taser der ist seite der mit euren wix mollys alter ich fiel team hits flash headshot headshot cd base headshot cd base 18 4 down on one alles gecheckt fiel und Juan bananas lol was ne 3 und die mates mach den bloc so aus der ist troll 65 bloc ist notarm zu trollen wane hops gripped doos winschild a close to go schuuiiun alter taser die sollen den Glock wieder so machen wie ein source oder eine 1stecks M4 liegt Oh, oh, jetzt wird es dubios Schreib mal freundlich WB, vielleicht macht der einen doch nicht reist Ja, da war auch ein Piss-Trick Tschüss Wann? Ich hab kein Taser, das Ding ist weg Du bist weg Fackel, Bulette ab Scheiß, der war loch DT, links close, links close, das Spotshot DT kriegt ein Flash Rum, da, rum, der ist voll DT hat blau und blau Ihr steht alle vor mir Du hast ein HP Ihr habt beide ein HP zusammen DT, komm, ich hab ein Taser, DT nicht mehr ein Molo, Mann Doch Die Ruine ein mit Zeus Lass dir jetzt mal einfach reinlaufen Du musst Banane haben Ja, ich bin voll des Trauens Kommt rein, Ruine DT kommt auch, Banane Ist auf dich allein gestellt Der kann nicht aimen Die Nuss ist leer Fuck Zwölf in one Reicht nicht Scheiß Burst, der genieß nichts Wir haben alle 16k und können nichts kaufen, Mann In Fibu kann man sich so hochblenden, Alter, oder Freddy, Alter, fuck Sechs Rakes Sieben ist nichts Nein, okay Okay, doch 16k Lass mal Klick ein paar Cois Hä Können wir jetzt mal ne Runde kaufen, wir müssen halt nicht jede Runde Spar machen, Gappa Doch Fuck, wo ist meine Glock Kauft ja deine Kauft ja deine, ja Kein Geld mehr 300 Dollar Wir müssen jetzt nochmal A gehen, die haben B Vielleicht nochmal Teppich, Mann Teppich waren halt beide Runden Die haben für uns gesmoked Ich smoke, ey, ich flash jetzt rechts Die liegt nicht gut, ich werfe nochmal neu Mann, das ist deren Smoke Ja, aber die liegt scheiße Spoiler Hast du den? Lass Teppich durch wieder Ich flash Teppich Ja, ich hab auch nochmal Ich wackel Pit Geh doch mit, ich hab noch nen Taser mit da Oh, der bricht hier ab Schmaug lang Und rein mitm Koi Einer ist Bibio Was ist'n das? Hä? Ich war drauf, Alter Wo ist's dann nicht, komm Alter, der geht nicht down, ich schieß mein ganzes Team Dieses Game ist so sinnlos verbuggt, Alter Du bist verbuggt, HDF Ja, bin ich halt auch, halt deine Fresse Teiltrapper, nix Geh wo aus? Ah ja Mann, ich zieh grad meinen Taser aus Wo ist der? Das ist der Saver Zehnt ihr, der ist safe natürlich Mann, ey, so ein Timelack Mann Das war jetzt auch schon das zweite Mal, dass ich drauf war mit Taser Und der nicht down Das ist der Saver Der nichts macht Und der ist Topfweger Verbrauch mich jede Runde, Mann Dann war ich noch zwei Runden AFK oder so Ja, und, ja Was soll das denn? Mann, alter, scheiß Handy nerven ich so Scheiß Werbung, alter Ich hab rüber geflasht wieder 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 drauf lächerlich das sind tower hier machen oder hier ruine tower die base ist vollidiot alle was wir hier machen ja ich will ja zweiser das ist jetzt zwei ist der dreier tower kommen wir noch drauf kommen wir noch drauf banane kommt halt überhaupt nichts und der jumpy durch der musik musik noch ein eck ist der save was hat der nervt so alle mit dem scheiß reicht nicht das helft 10 runden block aber da hast du einmal nicht so ein mit 170 stunden gold die haben alle normale accounts mit abzeichen und allem ja schade seit letztes games in talent war die hätten wir auch gehabt glaube ich hatte 30 taser frags wo hat er gespielt der raus ist auf c das ist es gibt es gar nicht recht nicht hat er mich eingedrohen da gibt es erstmal mit rechts zu dem schwarzen ich komme nicht ran naja ich werde dann auch das muss dann konsequenzen haben das war der hier lol geil alter ich halte gut mann eric du fixtesau das war so sinnlos er bränt im heulenfeuer mach mal eric weg diesen hässlichen fetten los den weg mann wir rechts die runde ist noch weg polen der kommt durch die smoke die runde ist verloren die ist halt echt weg scheiße die ist halt echt weg scheiße die weg frei ap und du machst es Wo ist das hier? Hallo, Molo, Molo! Du bist down. Man, Freddy, nervt dich so, du Pisser! Aber das Game ist noch weg. Der Troll, weil die den abfucken, weil die den abfucken! Der geht nicht durch, weil die den abfucken! Der wird's nicht machen. Hä? Der nervt. Das ist ein Troll, einmal Troll! Boah, jetzt ein Timer, Cassini. Alter, meine Ohren! Das Ding geht hoch, diese Nutte geht hoch. Der bricht echter! Die wollen den bannen, Alter, das kriegt auch einen Kick. Der kriegt auch einen Kick, glaube ich. Ein Troll! Ja, aus und raus. Was ist das, Alter? Man, dann hätte ich Erik doch wegmachen können. Der klatscht 1-on-4 und bricht's ab. Ja, weil die den nur um die Fresse schießt. Ich wollte dich halt noch legen lassen, aber dann pusht der durch. Okay, stimmt. Mann, gegen 3. Mann, da gewinnen wir einmal und dann brechen die Gegner ab. Und dann chatten safe wieder gleich bei YouTube rein. Er hat nur gewonnen, weil der einen Timer bekommen hat. Ja, die sollen sich die anderen Games angucken, Alter. Wir haben geredet wie Jesus jetzt das Game. 40 Frakes hat er gemacht. Wenn ich dran denke, dann cutte ich mal die Games davor an, was da wieder für Talente drin waren. Ja. Ich bleib mal Banane. Ich fahr wieder drauf auf den seiner Fatze. Echt ja, was war denn? Das ist so dumm, Alter. Saver's down. Das ist doch der Saver mit dem Bot. Nee. Das hilft ja als CT-Base. Oh ja, stich den weg. Der steht dir rechts neben dir, du Idiot! Warum machst du das nicht? Nee, du bist ja geistig verwirrt. Fuck, Alter. Der hat noch Zeit zu kitten. Quatsch. Der bricht ab, die Sache. Der hat auch keinen Bock mehr auf dem Mist. Der geht doch mal rein bis den Talente. Der wird rechts! Der wird rechts! 55,1. Du Mann! Er redet auch mal die Treppe hoch. Ja, 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 oder? Ja, oder? Mann, das war der Saver. Gut, der gute Hälfte aber auch. Nee. Ja. So, jetzt 5,7, die kommen noch rein. Wir denken, geil, 12 Runden mit Glocken und die kommen zu dritt Dreh. Ja, und die drehen sich halt. Ich hätte jetzt liefen müssen und du drückst F1, dann wäre Freddy halt echt gekickt worden. Guck mal, da hat ein Graffiti draufgemacht. Mach's mal weg, Fibu, das nervt mich. Vor deinem Fuß, vor deinem Fuß, Fibu. Das ist weg, Alter. Kann ich nicht. Mach Schweine-Empfe... Was? Ihr habt keine... Hä, ich hab auch keins. Ja, aufs Blurvercount halt. Ach ja, stimmt. Ah, fuck. Nee. Das sind ja die hiesigen Smurf-Accounts hier. Die werden alle Banane sein jetzt. Keine Sau hier, niemand. Ja, schön meine Team-Nate, Alter. Was ist das für ein Nate, Alter? Was soll denn das, du Vollidiot, Alter? Wenn du sagst, schön meine Team-Nate und wirf sie fünf Sekunden später. Bunk! Also du Ratte, Mann. Oder Saver? Saver down. Saver hat ein Bot. Bommel liegt da. Balkon, 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 Balkon. Mann, wo seid ihr denn? Eigentlich denn. Noch die beiden Bots. Quits. Kette durch. Nur noch gegen Bot. Noch der Saver. Verstehe ich? Ja, ist das leicht. Das geht halt durch. Mach sie durch, du Mixer! Ja! 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 Vor allem mal die Bots an der T-Treppe abstellen, Mann. Mhm. Oh, Mann. Mann, die müssen da auch tilt sein. Ich hätte safe gedacht, das geht noch irgendwie fünf Matches oder so mit Glock. Und da haben wir noch eine Rattenwaffe und das ist die USP. Aber die ist besser als Glock. Der hat noch ein bisschen mehr Schaden. 100 in one! Kriegt der! Hä? How does he know, Alter? Alter, das war ja die Atom-Nade. Noch ein Assist. Okay, außer Spawn musst du sein. Spawn ist frei. Da lebt schon die Bombe. Schöner. Auch noch ein Assist. Also vielleicht bei die Bots an. Alter, was kriegt der denn für einen Nate, Mann? Hat der einer Banane genaded oder so? Schätzen sie auch mal 100 in one. 100 in zwei. Ich habe den mit der Nate getroffen und dann der Damage. Hört sich selbst so an wie der Hubschrauber auch. Aztek. Die Waffe. Gib dir das mal. Warte. Können nicht schießen. Du bist disqualifiziert. Doch. Let's move out. Ja, absolut nicht. Geht doch. Ah, geht. Doch, doch. Der kriegt noch so ne Nate. Hit. Voll das Schweine tot ist. Mann, das ist so low, Alter. Ich rieb mir noch in die Fresse. Taser den. Jetzt müsst ihr aber selber auf die Taser gehen. Die chillen am Spawren ab. Ich habe keine Muni mehr. Der kommt hoch. Zieh auf Taser. Noch einer. Ach ja. Du kannst es stechen. Junge, ich ziehe es hier kompetent durch, Alter. Ja. Kein Problem. Der saft nur rein. Was für Wack. Der saft nur rein. Was für Wack. Nein, warum hab ich kein Zeus? Eins. Das ist das Glücksknife. Eins. Ja. Falsche Methode. Der chillt hier ab wie so ein Bastardo. Wenn der hoch gehts zum Haus. Den Saver müssen wir stechen. Saver ist down. Falsch mit Blades. Okay. Nice. Nice, man. D-Rank denied. Spaß, Alter! Das ist aber direkt Shark White. So fühlt sich der Saver, glaub ich, Alter. Was hat denn der von Rank der Orni, Alter? Das muss D-Rank-Game gewesen sein, Mann. D-Rank-Game? Ja, war D-Rank-Game wahrscheinlich. Aber wir hatten davor auch WKs. Also klar. Aber 2 LDM aber dafür auch. Könnte gut sein, ja. Ja, gut. Die haben sich da halt aufgegeben, aber... Ja, gut. Da hab ich 7 Runden geholt, dann haben sie irgendwie abgebrochen. Ah, ich zeig das jetzt. Ich vergesse eh wieder die Screenshots reinzukutten. Davor haben wir gedaddelt. Overpass. Ja. Gegen 4 Typen, die in einem Team waren. Ja gut, die haben auch gut gespielt hier und so. Ja, aber da hatten wir halt mit Glocks keine Chancen. Die haben halt ultra seriös gespielt gegen Full Glock. Ja, die hatten auch richtig mit Ghost gespielt. 30 Sekunden verschlossen mit Smokes und so. Und gegen Glock Long Range Overpass. Das Map geht halt nicht durch. Und danach Info, Talentspieler Noddo, wie ihr seht. 36,7,15. Der nächstbeste gerade so positive Stats. Hätten wir haben können, wenn die nicht so ein Talent gehabt hätten. Ich kann auch mal das Team Profit zeigen. Also mit CT seid ihr erst gefahren halt. Und dann hat der nochmal aufgedreht irgendwie. Du siehst ja, an seinem Account 170 Stunden und Rekord. Davon 130 in den letzten zwei Wochen. Und der hat sämtliche Gold Achievements in CSGO gehabt. Also der war shady. Ja. Wenn er halt einmal gegen normale Leute spielt, dann geht's halt auch. Jemand hat da nur noch P90 gespielt und sind überall reingerannt. Das ist keine Chance mit Glocks. Okay. So fucking Glock endlich weg. Jetzt haben wir noch eine Pisswaffe und das ist die USP. Mal gucken. Was haben wir jetzt generell noch erwarten? TT-Seite Revolver? Ich hab irgendwo Revolver noch gesehen. Ich glaub T-Seite Deagle hab ich auch noch. Nee, oder? Und Duels, oder? Ja. Hatten wir Deagle überhaupt schon? Ja, hatten wir. Einmal, oder? Ja. Ich glaub eine Deagle ist auch noch im Rennen. Ja. Mal gucken. Na ja. Gut gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. .